Wissen was ihr schaden wollt, ne? Schade, das ist bei dummen Menschen öfter so Achso, ich muss ihn entmuten Der spielt ja auch mit Hallo, Loopyboy Wir haben zwei Hilfe, Hilfe, Hilfe Nicht Hilfe Komm und holt ihn das doch einer Ja, ich hab Angst Ja, die aimen top up Vor und oben Den hätte ich abgedrückt, hätte ich ihn getötet, ich sag's euch Was war noch? Barwinkel Ich weiß immer noch nicht, warum man das stimmt Boah, und der hat sich schon voll motiviert Der ist immer motiviert Der holt sich halt erstmal in ne Vodkaflasche Hehehe Shutter Creefire Ben Richtig kacke bist du Ich hab auch so immer ein Headset rausgezogen Defend the plant site Ground start So, das hört doch so nett zu spielen, sag ich noch mal. Frag mal Qnix, ob die dich noch immer in Seven hoppen wollen. Haben wir schon gesagt, nein wollen die nicht, ne? Digga. Solche Keks, ganz ehrlich. Digga, man. Lösch das Spiel bitte einfach. Ist das nicht Sight-Streuer, Aethion? Näää. Find die können spawnersen. Äh, doch. Digga, sie hat mich. Ich hab nen Kill gemacht, Jungs. Die sitzen da in der Ecke. Ja, die sitzen da zu dritt in der Ecke. Ohne Autum, Learv, MZ. Ohne Autum, Learv, machen sie was. Er wird richtig reinkappiert. Guck mal, ich seh den Angstschiff schon in seiner Hose. Tja, Digga. PS5 ist halt scheiße. Charity-Streu. Sag der mit der normalen PS4. Jungs, du willst jetzt mit deiner PS5 angeben, Junge, soll ich's nochmal sagen? Hat er bei mir schon. Ja, schön. Ich hab was anderes, wo ich auch zocken kann, aber nichts mit euch machen muss. Und Bond, du bist ein Hurensohn, du kannst dich nicht leiser stellen. Nein, kannst du nicht. Er will's einfach nur nicht. Die sind oben auf zwei, Hilfe. Du bist komplett zu laut. Hilfe. 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 Wir sind nächsten 치Z Come. Ich kann mich jetzt gern ausgramm von dir. Schnauze Schitzki. Ben, ich finde deine Waffe sieht richtig hässlich aus. Ich weiß. Sie ist doch hässlich. Dann greifst du, du bist einfach hässlich. Wow. Oh, der ist top über mir. Oh nee, der ist runtergeschwunken. Ah, das war IQ nix. Der hat ja gar keinen Aim. Auch nicht. Jaja, dann hätte ich ihn nicht gekillt. Ja. Wenn ich keins hätte. Jolo Sack. Auch ein blindes Unfilm, man kann. Ja. Kann mir jemand von euch einen Adapter leiden? Du findest keins anscheinend. Wenn ich von MLKO spielen kann. Ich hab leider gar keinen Adapter. Wow, das ist ja echt der Beste. Okay. Der Medic ist bei den Stairs. Der Medic ist bei den Stairs. Hey Schitzki, guck mal mal einen Livestream Chat. Da kommen die sich erstmal einen YouTuber aufmachen. Ich würd da nicht pushen. Schieß doch durch. Ich auch nicht. Ich bin durch, Luca. Digga, wenn alle reden, Digga. Ich muss jetzt mal muten hier. Ich hör wirklich gar nix. Du wolltest mit uns spielen. Er regt dich die ganze Zeit darüber auf, dass wir reden. Es ist ein Schrein, aber... So. Wir können nur auf die Idee kommen. Wir können nicht viel reden, ne. Haben wir doch damals auch. 1 und 2 irgendwo. 1 und 2 irgendwo. Ja, Digga. Wie sich wieder alle abscopen. Oh, das sind 3 Leute. Geht hoch. Okay. Gut, Scooby geworden. Ich bin müde. Du bist müde. Du bist müde. Dann geh schlafen. Ich hab jetzt halt einmal Bens Stimme gehört, ich kann nie wieder schlafen. Let's go. Ziel erreicht. Weil du so geil bist, weißt du. Objective completed. Style Points 10. Und ein Cutters war mehr. Mega geil. Ich hab dich einfach getötet. Wie scheiße. Guck ihn dir an. 81, ne? 81 heißt er. 81 heißt er. Wie scheiße, wie soll ich sein? Er sagt auch ja. Wo Q nix campt in der Pommesbude. Wie kannst du das bitte fucking Pommesbude? Last. Last in green. Nein. Wenn ich den jetzt verkackt, ne? Dann sei der Scheiße. Nicht, das ist mir so scheiße. Ich kann damit leben. Danke. Taubt, taubt, taubt. Kann mir jemand... Keunix sitzt die ganze Zeit in fucking Pommesbude. Aber nicht, der ja auch spielen kann. Ich glaube, das war eine Verleidigung. Ne, der hat halt legit gefragt, ob einer an 60 Euro das verleihen kann. Soll doch überall kommen. Mit mit zwei, glaube ich, oder? Ja, auch in der Pommesbude. Ja. Wer soll was verleihen? Er ist ne richtig hässliche... Er hat ne richtig hässliche Stimme, die dir nie aus dem Kopf geht, sobald du sie einmal hörst. Ach, ich liebe dich auch. Wer jetzt? Du? Ich. Das ist es. Ne, Monster ban. Hier. Gut, ich mach 37. 4-7 Band, was ist da los? Ja, safe. Deswegen hast du auch genauso viele Tode, wie viele Runden wir bisher aufgespielt haben. Jede Runde verreckt. Nein, nein, wir haben ihn gefarmt. Arctic, BB3, Le Mau. Ben, halt bitte einfach den Maul. Nein. Le Mau. Ich Le Mau dir gleich mal eine. Weißt du überhaupt, was Le Mau heißt? Schau auf mein Ass. Schau auf mein Ass holt. No. Er konnte nix hören. Echt so, ne? Tut mir sehr leid, ich red nicht wieder. Ein Problem weniger. Ich find's auch cool, wenn ich mich dreimal hören. Ach, ich auch. Das liegt an Bunch. Ja, man. Aber diesmal liegt's nicht an mir. Ich hör mich auch doppelt und dreifach. Alles an. Unser Top schon. Mitte Top. Ja, ich bin. Ey, du bist besser. Ben kommt hinter dir. Ja, hab ich jetzt auch gehört. Digga, machen einfach besser als Ben. Ja, mit 15. Jetzt ist dein Zeitpunkt zu scheinen, los! Pass auf! Ja, der ist selbst einladung. Eigentlich sind die ja ein Easy-Clapper, aber... Trash-Talk. Unix. Because he's better than him. Ich glaub den nicht immer der was gesagt. Ja, Höhne diese sieben. Hilfe, das heißt der Fall Höhne nicht. No, I don't trash talk about CUNIX, I trash talk about my mates. Gesundheit. I guess you're using Google Translate. Digga, der schreibt mal Höhne diese sieben. Ich kenn keinen Deutschen, der so verschreiben würde. Okay. Geil, geil, geil. Guck mal, wo ich liege. Der ist ja auch einfach nur ein bisschen besser gebildet als dir. Safe. Los vorne. Los, der Gamer links, ja. Odi meint der Müller. Du meinst hinter deinem Zuhause? Nee. Ah, ja. Ich will nicht mehr. Ey, der Hedgehog ist noch reingehend. Los vorne, boah, jetzt deine Feintgeschein Nummer 2. Schade aber auch. Das. Oh, das mach ich auch die ganze Zeit. Also, guck mal, ich komm online, um ne Runde entspannt zu zocken und durchgekirrt zu werden. Was ist jetzt hier? Wir verlieren? Hm. So, was haben wir denn Skill-Base-Mashmaking? Ja, Bond und Skill-Base-Mashmaking. Ja, Bond und Skill-Base-Mashmaking. Ja, Bond und Skill-Base-Mashmaking. Ach, Digga, was macht der denn hinter mir? Und da ist noch einer. Er hat im Geländer gekämmt. Ich geh auf zwei Blenden. Ich geh auf zwei Blenden. Das ist nämlich der Jet-Ski-Führerschein. Danke. Nein. Oh ja, wow. Die kommen beide da. Unter mir. Beide. Ich lagge. Helft. Der kann Silent sehen. Ich lagge. Er macht Silent. Nein, macht er nicht. Doch. Das geht immer noch? Ja. Aber wollen die im nächsten Monat patchen? Oh Luca, soll ich den Wuch erzählen? Wollen die im nächsten Monat patchen? Luca, ich erzähle dem Witz, okay. Die wollen überhaupt ein eigenes Anti-Cheat-Programm machen. Ja. Die wollen Anti-Cheat machen. Ey, die machen sich alle extrem scheiße, man. Man kann ja gar nicht mehr L2'en. Ah, wirklich. Das konnte man auch schon bevor du auf Götter spielst. Ja, aber da konnte ich das Spiel wenigstens noch. Von wem denn hoch? Von wem denn hoch? I'm lagging. I'm lagging. B lagging you. I'm lagging you. Ben-Kong, du hast dich, Krab? Oder auch nicht? das ist ein freund das sagte man es besser als ich die aber hat hat eine 07 akade gehabt und jetzt hat er eine 0 9 er kann nämlich genau das ist nicht überlegen ja die sind ja einfach alle haben unsere schule hat wieder gebrannt das ist normal das war bei uns jetzt mittlerweile auch wenn es nicht ein abonnent von dir wäre dann hätte ich ja schon längst unsere schulcontainer sind wir wieder abgebrannt das ist gut ja bei uns gibt es ja auch polizeinsatz war irgendwie man seine maske nicht richtig auf hat alter aus sind alles so eine lutscher aber sonst ja amok gefahren und sei nicht sehr hoch aber ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich Last, on side Oh Luca, wie war dein Zeugnis? Also eigentlich gings außer 2 Noten Da hattest beide 4 Sonst? Ne, eine war eine 5 Oh nein Ja Bio, was soll ich sagen Das glaub ich eine 2 Ja, die ist wieder eine 3 Total, ich wurde 1 tapped Eiii Ihr hattet ja wahrscheinlich auch nicht Irgendwie was mit Bakterien und so Doch Äh doch Ist aber richtig scheiße Wer passt denn da auf Wer ist das Sexualkunde? Ja ok Was soll ich mit Bakterien, Junge? Blasen mir die Bakterien ein oder eine Frau? Oder eine Frau? Oder eine Frau? Oder mich scheiße Ich bin... Also... Ne? Ich enthalte mich Eine Zeit Einfach schlecht Wir spielen unterdeutschen, warum machst du englisch? Wieso haben wir das überhaupt gewonnen? Wegen mir! Ich bin die positive Stimmung Guck mal sogar Bond hat 12 Geld Ja ich auch Schade aber auch Die nehmen den Mann gerne mit Sauer Jetzt müssen wir die Runde noch mal verlieren Lass mal die Runde noch verlieren Dann können wir noch mal Ey Die haben leider aufgegeben Eeeee Ja Na Ey Und ich gucke mal Diese mal